Wenn Sie einen preiswerten und zuverlässigen Schlagzeughocker für den Einstieg suchen, ist der Gibraltar 5608 eine hervorragende Wahl. Er lässt sich bis auf eine Höhe von 46 cm absenken, eignet sich also hervorragend für den Einstieg im sehr jungen Alter. Aber natürlich ist er mit seiner Maximalhöhe von 61 cm auch für Jugendliche und Erwachsene geeignet. Der geringe Sitzdurchmesser bietet kaum Auflage für die Oberschenkel, weshalb eine Stabilisierung der Haltung aus der eigenen Oberkörpermuskulatur gefordert ist. Ungünstige, zum Beispiel schiefe Sitzhaltungen werden auf der festen Sitzpolsterung schnell erkannt und korrigiert. Gut für das Haltungstraining.